Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Mein Name ist Anita Blake. Ich weiß wer und was ich bin. Ich hecke die Toten auf und führe Vampire ihrer gerechten Strafe zu. Die Namen entsprechen, den sie mir gegeben haben. Ich bin der Scharfrichter. Bitter süße Tode. Ein Anita Blake Hörbuch. Ab November 2008 im Handel.